Manche haben halt ein bisschen länger von, ne? Konnichiwa, ihr lieben Ninjas und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Black Ops 3 Team Deathmatch zusammen mit FreshFries, MG muss mit und Natze. Hallo. Guten Tag. So geht das. So geht das. Heute ist er hochmotiviert. Ich hatte noch nicht mal meine Aufnahme an. Ne, 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 ne. Ja, so ist das. So, ich gehe Kenyan. Ich auch. Ich nicht. Dann gehe ich woanders lang. Bleidigte Leberwurst. Bin ich beleidigt. Ah, ich schaust den da. Ah, da liegt einer. Das hat sich mein Gegner gerade auch gedöhnt. Ah, fuck. Hier läuft schon wieder einer mit so einem Kantaner rum, ne. Habt ihr aber noch... Kantaner? Ja, Kantaner, was weiß ich. Mit einem Messer. Mit einem Messer. Ist aber ein komisches Messer. Ein langes Messer. Tiefes Messer. Manche haben halt ein bisschen länger von, ne? Archenbecher. Ja, das war ungefähr... So, nicht anders. So. Druck, drei Geschwindigkeit, Leute. Druck, drei Geschwindigkeit. Oh, verstecken. Oh, da kommt von der Seite einer. Boah. Scheiß, Kantana. Das macht schon wieder. Er wollte mich holen mit seinem... Ich hab den... Kantana... Ich hab den noch zuerst recht. Ich geh jetzt Presse gehauen. Oh. Was? Der ist an der Decke gehangen. Ich... Ja. Der ist an der Decke gehangen. Hat für ein Cheater. Vorräte bereit. Königsmörder. Über die... Was nicht der festgepackt hat? Hier hinten kommen gleich welche rum. Haus ist noch einer. Gewesen. Hinten sind welche. Hinten sind welche. Nein, 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 nein. Nicht du mit dem Messer. Nicht du mit dem Messer. Jeder andere. Nur nicht du mit dem Messer. Ja, der wollte mich... Der wollte mich schnetzeln mit dem Messer. Hab ich kaputt gemacht. Yes. Nein, da holt mich der nicht. Oh, come on. Ich hab so viele jetzt geholt, ne? Wow. Ich hätte... Nein, mit dem Messer! Ich hab so viele Dings gebraucht. Nur auf Verräte. Wenn ich nur eigentlich gebraucht, dann hätt ich alles gehabt. So, lass mich mit meiner Schwebeladung durch. Ich bin Arzt. Ne, das passt schon. Was war drin? Ah, Wächter. Er sagt Wächter und das passt schon. Wächter immer tauschen. Ja, Leute, habt ihr jetzt aber selber Schuld, weil ich hab jetzt gerade meine Dinger vollgekriegt. So, jetzt seid ihr fällig. Deine Dinger hast du vollgekriegt. Kabuum! 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 Kannst du die Schwebeladung nicht... Eine Millisekunde ernten. Jetzt werde ich flambiert hier. Come on. Das gibt es nicht. Ah, komm! Der liegt. Maaan! Ärgerlich, ärgerlich. Ich bin positiv. Können wir jetzt mal... Eif hier, lass mich doch durch die Tür durch, Mensch, ey. Wo kommen die Vogel zu... Im Canyon... Ne, hinten bei denen, glaube ich, oder? Ja, hinten bei denen. Ach, Eif hier läuft hier mit dem Wächter rum. Ja, ja. Ach, nö. Was war feindlicher? Servorus. Oh, nö. Fuck. Oh, der wurde von der Kiste zerquetscht. Von der Servorus-Kiste. Haben wir auch mal einen gescheiten Spawnpunkt oder was? Oder... Spawn, wir jetzt hier nur umkennen. Oh, der Servorus hinten. Der kommt jetzt in die Hüte rein. Ja, jetzt werde ich hier noch einmal... Ich drich ja ab, ey. Wir gondelten da, äh, Servorus gerade rum. Ich freu' nicht. Oh, da kommt er. Der ist gerade im Canyon unterwegs. Ja, der ist wieder vorbei. Ich hab' die Schwebeladung. Na komm. Kann ja nicht wahr sein. Jetzt treffe ich nix mehr. Und ich mach' keinen Schaden. Ich hab' die Schwebeladung beim Servorus draufgejagt. Ich hab' ihn mit einer Rakete getroffen. Das juckt ihn alles nicht. Der hält auch ein bisschen hart aus. Boah. Rakete zerstört. Easy. Das steht in Servorus. Zweite Rakete beim Servorus versenkt. Der steht immer noch. Ja, der braucht einiges. Ach komm, so viele Raketen kann der auch nicht fressen, ey. Boah, hat Servorus zerstört. Ja. Ein Schuss wahrscheinlich. Ja, war auch ein Schuss. Da hätt' ich mehr rausholen müssen. Denk' ich mir auch gerade. Fuck. Boah, trefft doch endlich her. Oh, von hinten. Konntest du nicht eine Sekunde erholen? Nein, konnte ich nicht. Ich wusste nicht, dass du da oben stehst. Sorry. Das ist doch egal, wer da oben steht. Einfach sagen, da ist Quacken Gegner. Ja, dass sich drei Leute panisch umdrehen, oder wie? Ja, sagst du halt wo? Aufgang hoch, Gegner. Nein, steht ein Sniper, ey. Er will sich mit dem Kantaner mich umhauen. Träumt der von. Dann verpisst er sich, der Penner. Kommt welche durch? Ich krieg hier einen. Oben ist einer. Fuck. Flammen wirft. Komm ich nicht weg. Komm on, jetzt irgendwas entscheidendens. Spiel entscheidend. Ich, Puls, Vorsicht. Boah. Ah, Glitzschlag. Die sind im Haus drin, ne? Ah, mit der Schrotze kommen schon wieder einer rum. Boah. Der Glitzschlag ist super. Kein Getroff. Ah, nicht wirklich. Ah, der mit der Schrotze nervt mich so an. Komm schon, wir sind mit drei Kills hinten. Nein, dann liegt da hinten einer. Nein. Fuck. Oh, komm, Monja legt sich hin und ich treffe ihn nicht. Ich bin last kill bestimmt. Eif, hier ist es. Alter. Oh, Mann, 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 Mann. Ja, geile Runde. Und die zweite folgt gleich. So, willkommen zurück. Nächste Runde. Redwood. Boah. 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 Hier hast du Map von Natze. Ach, hier läuft doch jeder Hans und Franz mit dem Snipergewehr rum. Echt nicht? Ich auch nicht. Nee, der war der Gegner bestimmt. Du musst gleich mal gucken. Ja, Sniper rennen immer rum. Aber ich glaube, die heißen gar nicht Hans oder Franz. Glaub ich auch nicht. Ist nicht mehr so verbreitet, der Name. Explodiert hier schon alles. Ja, da springe ich daneben, Alter. Was ist das denn für ein Scheiß? Wieso machst du das? Komm, Mann, der hat doch nichts mehr. Alter, da sind zwei am Spawn. Geiler Scheiß. Ach so, den einen hole ich und dann holt mich den anderen. Der hat mich noch nicht mal gesehen und schwenkt schon das Schießen an, ey. Hat sich gehört. Oder gerochen. Nach und dann kommt er davon. Och, nö. Also, so langsam reicht es mir, ey. Läufst du, läufst du die ganze Zeit und überall sind Gegner, nur ein. Dann kacke. Ach ja. Ach, da hab ich die Kader. Nö, ich wurde erschossen. Okay. Ich wurde erschossen. Ach, come on, der muss doch da hingehen. Ach, wie, dass er wusste, dass ich da jetzt komme. Ist klar, Leute. Ja, da ist schon wieder. Ja, da ist schon wieder einer am Spawn. Der Wahnsinn. Ich fahr einfach runter. Ist ja total lustig, ey. Na, jetzt ist der feindliche Dings da. Droh, ne? Ach, von 20 Seiten, ne? Die auf Red wurde immer so schwer. Mit was hat der geschossen? Ach, da war ein Gegner, ey. Ich hab gar nicht drauf geachtet, gerade. War gerade erst gespawnt, weißt du? Schau mal, wie schnell können die eigentlich laufen? Schnell. Reicht ihr hinter dir? Ach, komm! Das ist, glaube ich, jetzt da. Läuft grad gar nicht. Ja, genau! Ach, er stirbt nicht, oder? Nicht, oder? Granate kullert dann auf einmal in meine Nähe. Medwood ist ne Scheiß, man. De-de-de-de-de-de-de-de. Rassist. Vor allem, ich frag mich, wie die anderen Leute so weit mit ihr dran besser schießen können. Mir doch egal. Ich sag's nur. Sonst wird sich auch immer beschwert, dass man nicht ansagt. Verfluchte Scheiße. Der kann anscheinend durch Bäume durchschießen. Finde ich auch klasse, sowas. Oh, du stichst mich nicht mehr, blöde Mücke. Zumindest irgendwas habe ich getötet. Nein, nein! Oh, come on! Ich sag's nicht noch mal, Kollege. Ich sag's nicht noch mal, Kollege. Drück, ey. Nein, jetzt bin ich Otto. Firebreak fordert Nachschub an. Komm, jetzt ein Geist. Das wär doch mal was. Ich hab noch nicht... Komm gleich bei dir hinten lang, Flash. Wollte ich mal so sagen. Oh, ja, ey, komm! Blöder Wichser, ey. Oh, zwei... Drei Abschüssen. Immerhin. Ja, da kam ich nicht mehr weg. Mensch. Alter, ich könnte kotzen. Das ist keine Runde für uns. Nicht wirklich. Nee, ich sag doch, Redwood ist scheiße. Aber wenn du das so denkst, ist schon klar, dann triffst du auch nichts. Sync positive. Ja, genau. Just do it. Make your dreams come true. Fuck, 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 fuck. Ist da jemand dran? Ich hab... Zwei von hinten, Flash. Dreh dich um. Hast du erwischt? Ich hab auf jeden Fall zwei da weggeholt. Ob das jetzt genau die beiden waren, ne? Das kann ich dir nicht fragen, fragten. Da brauchst du dich nicht mehr beschweren. Ja, jetzt kommen die hier hinten lang, wo ich bin, ey. Ach, come on. Ah, ich hab jetzt die 75.000 Blitzschlag erreicht. Ja, der hat mich natürlich gesehen, ey. 100%ig. Der konnte mich gar nicht sehen. Wusste aber sofort, dass ich da oben drinne stehe. Kein einziger mit Blitzschlag war's. Genauso wie jetzt. Ach, come on. Derselbe Typ. Ach so. Ah, danke, Natsa. Ja. So, der springt hoch und trifft genau. Perfekt. Hm, kommt vor. Oh, ich komm hier endlich mal. Mist, da liegen Vorräte aber an einer behinderten Stelle für uns. Keine Ahnung, wer die da hingelegt hat. Das wär ich. Du. Ah. Jetzt krieg ich gerade Donnergrollen, Alter. Und jetzt ist die Ellipse Ende, Alter. Ja, hilft ja nicht. Oh Mann, oh Mann. Ja, wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch bei unserem Privatkanal vorbei. Bis dann, haut rein. Ciao. Ciao.